hallo meine lieben freunde ich hatte jetzt diese späten stunde wieder eine frohe botschaft die mir gott aus herz gelegt hat euch mitzuteilen und zwar habe ich mir gedanken gemacht über das was jesus uns mitgeteilt hat und seine frohe botschaft die er uns mitgegeben hat bevor ich euch aber mehr davon erzählen möchte ich zum anfang beten aber vater im namen des herrn jesus christus bete ich dass du durch mich durch sprichst heiliger geist dass du auf meinen worten legst und dem dazuhört deine botschaft offenbar sein ins herz legt dass der der deine worte hört im herzen aufnehmen kann und frieden erfangen kann von dir und frieden erfangen wird von dir in jesus namen genau ich hatte den eindruck ein video zu machen und meine frage an euch erst mal wenn die zeit du dir zuschaust bist du vielleicht mühselig beladen oder geht es dir nicht so gut leidest du vielleicht an depressionen oder an gewissen ängsten an lasten die der tag auf dich legt die umstände mit sich bringen dann möchte ich dir eine zuversicht mit geben aus meinem lieblings buch und zwar ganz erraten die bibel zusätzlich mit vielen aufklebern die meine steine für mein glaubens leben widerspiegeln eine freizeit auf der ich oft war und in der ich immer wieder tiefer in der gemeinschaft mit gott gekommen bin somit mein lieblings buch auch wenn ich in dem buch direkt nicht lese sondern eher über mein handy aber für dich der du jetzt dieses video anschaust und in deinem leben es momentan vielleicht nicht leicht läuft du dich schwer fühlst beladen fühlst bedrückt fühlst auf deiner seele möchte ich dir frohe botschaft mit geben aus gottes wort und dieses wort geblieben mit dem heiligen geist erfüllt ist es meine kraft aus der ich heraus lebe durch das wort und euch den heiligen geist und das möchte ich euch weitergeben in jeremia 31 vers 25 spricht zwar jeremia nicht direkt zu uns sondern zum volk israel aber auch das kann man auf uns deuten durch jesus und zwar er schreibt oder er sagt im auftrag gottes ich will denen erschöpfen neue kraft geben und allen die von hunger geschwächt sind bekommen von mir zu essen hier in dieser situation wahrscheinlich auch physisches essen gemeint also brot oder etwas anderes fleisch aber wir können es auch auf den geistlichen bereich beziehen denn gott nährt uns mit dem essen mit nahrung für unsere seele und gott möchte dich auch ernähren mit nahrung für deine seele und ihr gutes geben in deiner seele und jesus sagt es uns im neuen testament dir auch mir wenn ich mühselig und beladen bin dass wir zu ihm kommen können und dass wir auch zu ihm kommen sollen in matthäus 11 vers 28 sagt jesus kommt kommt alle her zu mir die ihr euch abmüht und unter eurer last leitet ich werde euch ruhe geben das ist ein versprechen jesus was ich dir weitergeben möchte jesus sagt wenn du dich abmüht wenn du beladen bist wenn du schweren herzens bis schwerer last auf deiner seele liegt kannst du zu ihm kommen komm zu ihm sprich ein gebet allein her hier bin ich was auch immer sprich von deinem herzen zu gott zu und rufe zu ihm und leg ihm vor was auf deine herzen liegt und gib es ihm ab denn jesus möchte deine last auf sich nehmen er hat sie sogar schon auf sich genommen und er möchte dass wir zu ihm kommen und ihm unsere last geben möchte ich dich ermutigen dass du zu ihm kommst und ihm deine lasten abgibst weil er möchte dir Frieden schenken ich habe diesen Frieden für mich erfahren dürfen und das war für mich eine wunderbare Freude und diese Freude und diese frohe Botschaft die ich durch sein Wort habe durch die Beziehung mit ihm möchte ich dir weitergeben ich wünsche mir für dich dass du sie ergreifen kannst dass du sie ergreifen wirst diese Möglichkeit seinen Frieden zu nehmen und seinen Frieden zu empfangen und dass du deine last ihm abgeben wirst komm zu ihm und du wirst erfahren was es bedeutet ein Leben zu leben mit tiefem Frieden und erfüllt von Freude egal was der Umstand egal was die Situation ist egal wo du dich befindest mit Annahme, Wertschätzung Vergebung und Liebe das ist unser Gott er möchte dass wir zu ihm kommen dass deine Kinder zu ihm zurückkehren so möchte ich dich rufen kehre zu ihm suche ihn und er wird sich von dir finden lassen das ist ja ich höre für sich das ist chose ich